hallo und herzlich willkommen zu diesem video ja heute hier xms gewinnspiel los geht's an dem intro viel spaß ja natürlich gibt es auch dieses jahr wieder ein xms jahr oder weihnachts gewinnspiel und ja hier seht ihr schon ich bin schon die filmjunkies weihnacht in weihnachtsstimmung es ist dezember ja geile zeit immer ich freue mich immer drauf und es wird noch ein paar specials auf diesem kanal geben die sich so ein bisschen mit weihnachten zu tun haben geben wollte gerade sagen aber ja jetzt hier gewinnspiel wie sagt das t-shirt schaut mal unten ich mache link kommt auf die webseite könnt ihr euch das auch bestellen falls ihr noch zu weihnachten haben wollt da richtig geiles ding ich finde es cool ja und das dazu ja natürlich wieder kleines weihnachts gewinnspiel was müsst ihr dafür tun das erfahrt ihr nachher am ende des videos ich zeige erstmal was es zu gewinnen gibt erstmal gibt es zwei sachen die gesponsert wurden und zwar einmal hier von konstantin film dem film papillon ja wie schon gemacht gab es auch schon von anderen gewinnspiel bei mir wie gesagt könnt ihr hier noch die blu-ray gewinnen zu papillon und zu dem film brotherhood of blades 2 was mir auch zur verfügung gestellt wurde ja den könnt ihr auch gewinnen da habe ich selbst noch gar nicht geschaut ja dann geht es weiter mit ja ein paar filmen die jetzt noch ja die sind schon geöffnet aber aus meiner sammlung die noch weg können und zwar einmal in glories bestands inception natürlich richtig krasse filme und hier noch der film platoon dann noch hier auch noch original verpackt der horrorfilm winchester den könnte auch haben ja dann gibt es hier noch eine dr wu box hier die könnte auch gewinnen also diese telefonzelle wie sagt dr wu habe ich nie geguckt ist hier von bbc figur sage ich jetzt mal und dann gibt es hier noch ein bisschen eingestaubt hier in game of trance ja krug trinkbecher ich zeige mal kurz ist schon ein bisschen humpen humpen ist schon ein bisschen größer ja und zwar hier von feier im blatt von targaryen hier weiß ich jetzt so gut sieht hier ja richtig schön schweres ding hier also hier game of trance ja ich denke mal coole sachen dabei ja da wird sich jemand finden wie sagt es wird jetzt hier nicht einzeln verlost sondern das gibt es ja ist ein paket sozusagen was ihr da ja gewinnen könnt ihr wie sagt eine person gewinnt das hier ich werde das auch das gewinnspiel zucker woche laufen lassen wie sagt bedingungen findet ihr unten wieder in der video beschreibung wie lange genau das videospiel videospiel sei schon die verlosung geht die verlosung ist ab 16 weil hier einige filme bei sind die mit ja ab 16 jahre sind darum ist er 16 jahre alt sein um an dieser verlosung teilzunehmen ja was ist die frage die frage ist da machen wir mal ja da machen da müsste euch mal ein bisschen anstrengen sage ich jetzt ganz ehrlich mal und ja die frage ist ganz einfach ich habe letztens ein video veröffentlicht wo ich mich so ein bisschen aufrege über ja über klebe punkte an einer edition und ich will einfach nur wissen von welchem film rede ich das schreibt mir unten als antwort in die in die video beschreibung in die video beschreibung und in den kommentaren und dann los ich das demnächst aus wie gesagt wann ich das auslose und wie gesagt wie lange das gewinnspiel läuft findet ihr alles unten in der video beschreibung in diesem sinne sage ich viel glück und wie gesagt läuft nicht so lange das gewinnspiel das verspreche ich euch dass ihr das pünktlich noch zu weihnachten habt in diesem sinne soll es das gewesen sein vielen nach zuschauern und wir sehen uns beim nächsten video bis dann ciao